moin moin meine lieben freunde wir sind zurück bei malaysia mit dem virus jawohl alles klar wir sind bereit bei malaysia in malaysia daniel so das stimmt nein gibt mir noch mal das tablet jetzt habe ich das tablet schon wieder weggedrückt ja 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 mal ein ja im volleyfall mit dem besten sonnenschein es fängt auch noch zu reimen so ich habe platz glaube ich jetzt rausfahren bitte danke mach hin bevor sie noch einer davor drängen nein der hat sich gerade red bull noch vorgeschoben ist ab dem master von mir die masse und ich will ja du oder fest hoffentlich ist es nicht verstanden ach so benzin gewiss umstellen ich lasse den jetzt ein bisschen vorfahren habe ich meine uhr ja wegen den höhenunterschieden ist das hier echt ein bisschen tricky ja ja dieser kurve rutsche ich immer ein bisschen das ist so schlimm ja gut du wirst mir jetzt gerade nicht angezeigt es ist lustig manchmal hast du einen gelben kreis auf mich jetzt hast du komplett weiß das hätten sie echt mal ein bisschen besser machen können ob sie das gelb nur im rennen haben oder so ich weiß es nicht du wirst mir so du wirst der winter du wirst de wść ich male duiff duiff na du h diese kurve da habe ich auch noch kein mittel gefunden wie ich da am besten albtraum als auch nein nicht aufs gießbett ah jeff kannst du einmal mal deinen mund halten ich weiß selber dass ich der typ ist manchmal echt grausam so jetzt kommt die kurve ich habe mich nicht gedreht aber zu langsam jetzt kommen die schnellsten zeiten hier reingeflogen ja noch der ist an und die boxen shop erst quatsch der mich voll und dann gucke ich oben auf die zeit damit ich was ne hör auf du penner dreh dich nicht immer ein und das ist doch und eine tüte voll holz also ich kollegen sieben sekunden rot ja auch wieder drehen das kannst du da ist es ein abführmittel ist das ein schönes ab für mein wochenendhaus wie viel da bist du denn im moment doch fünfter diese kurve ich weiß ich habe noch kein mittel dafür gefunden ich weiß ich nicht boxen stopp also versuchen will ich es auf jeden fall das ist eine eindreherei mein gott das ist ja das wird doch tricky werden voll mit gefühl das ist ja das ist ja das ist ja im wahl zurück ins meer mehr wäre schön aber ich glaube da kann ich vom 1 sagen ich will anfangen ja noch bin ich um fünf mit 1 40 und teile mir die 1 40er marke mit potters verstappen und peres 38 problem ist die werden alle noch mal ein bisschen besser kann zu sagen deswegen auch noch mal lieber nach ich weiß nicht ob ich das hinkriege weil er dreht sich da jedes mal weg ist ja okay raus geht los geht drei tage war cool dann können wir uns zugucken ja man muss sich ein bisschen anfeuern mensch danke ist frei das ist geil auch sehr schön damit dieser teleübertragung hatte ich schon was feines oder tv übertragung hier sind das outlet ist jetzt noch nicht so interessant aber gleich geht es dann los hat echt die strecke für sich alleine krass ja ja gut aus also ein führungswunde leider ja ich weiß ja du hattest ja e212 rutscher drin deswegen vielleicht machst du dir jetzt wieder weg und jetzt noch jetzt aber da hört man wie die reifen sich quälen jetzt wird die strecke wieder voll alles klar jetzt wollen sie alle noch mal raus und das benzin gemisch umsetzen aus kann ich gerade immer die strecke jetzt erst ist das ein müll na jetzt kommt wieder die lieblingskurve da muss man nicht so langsam ans gas schönes auto noch gerettet oder einmal scheiße andere da ist wohl dann ist feiern nur noch eine minute also meine zeit wenn die der wiener walzer bei virus wenn du jetzt noch mal bei start und ziel kommst kannst du noch eine runde ja aber mit 1,6 ja mit 1,6 kürze noch schaffen muss halt nur ein bisschen runter stellen oder du sagst ja du nimmst so wie es ist ach Mensch stell doch mal auf der scheiß menü mann auch nicht mehr das freu ich auch nicht mehr ach wie geil das ausschaut pinkie mach ne ist nicht pinkie das ist williams macht platz oh scheiße naja ich nehme an das wird jetzt auch mal ab du pferde blüsterer naja das wird auf dem fünften bleiben höh vorsicht oh mein zuschauermodus ist wieder verbuggt sehr schön davon schicke ich dem paul mal einen ausschnitt dann soll er das mal fixen beim nächsten update bitte müsste er jetzt halt mal kurz schwarzes bild sehen tut mir echt leid können beim virus leider nicht mehr zuschauen ich gebe es auf alter nee das bleibt nicht ich bin sogar sechster na guck mal einen an ja beim start kannst du ja wieder einiges gut machen ach komm oh man lass doch nur rollen die meisten sind ja jetzt soweit durch die werden dich auch nicht mehr kriegen oh der botter ist nur fünfter bis jetzt der bleibt auch fünfter fahrein brauche ich auch keine runde noch mal fahren das ist der schwachsinn dann geht sowieso nicht mehr durch den penner da der hat nicht mal platz gemacht kann auch nicht vorbei na die waren alle auf ihrer schnellen runde so jetzt warten ob sie hier eingeschoben wurde und dann ist glaube ich feierabend naja jetzt hat es sowieso abgelaufen schon zwei minuten rüber war bei mir ja das ist jetzt wirklich noch die eine minute warten das ist jetzt aber ärgerlich wenn ich alles für die fans vielleicht noch mal eine minute schwarzes bild oh man eine minute schwarzes bild mit namen so kevin magnusen police ball fix it thanks oder let it fix ich wollte schon let it be sing aber dann kommt mir die geber wieder die weihnachten der werlein das ist der hat was blaues hinter sich oh der hemmel der ist aber ganz schön blau bremsfuß der kriegt richtig von dem blauen red bull richtig ganz schön eingelückt von So, da ist die Zeit auch gleich so gerade zu Ende. Gott sei Dank. Mann. Gibt's ne Pum? Gar nein. Jawohl! Jawohl! Und da wollen wir nochmal gucken. Yay! Okay, es ist dabei geblieben. Oh nein! Oha, guck mal, die beiden Red Bull haben sich zwischen die beiden Mercedes gequetscht. Oh, das ist, das ist, das nenne ich mal einen amerikanischen Burger. Oh, das wird lustig, das wird interessant. Das darfst du mit viel Gemüse. Und roter Beilage. Gucken, wie sieht's denn weiter unten aus? Ja, gewohnt, ne? Alles klar. Der Botter, es war echt schlecht. Nee, egal, mein lieben Freund, ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich im Rennen wieder. Macht's gut, tschö! Ja, alles klar, tschö!